Herzlich Willkommen zu TV of the Lost aus Dinklage, Lohne, wie heißt der Ort? Lohne Dinklage. Aus Lohne Dinklage, zum schönen Friesland. Ne, wo war denn das nochmal? Wo war nochmal Lohne Dinklage? Wirknehmfechter. Das ist Niedersachsen. Gleich bei Lohne, zwischen Lohne und Dinklage. Auf jeden Fall sind wir am Hauptbahnhof von Lohne Dinklage. Wir freuen uns auf eine tolle Show heute auf dem Stadtfest. Wie heißt das nochmal? Stadtfest Lohne. Ja, was? Stadtfest Lohne rockt. Und schöne Grüße auch von der Samtgemeinde Jakobi Trepper. Genau. Viel Spaß an die Grundschule Fechter. Tschüss. Hey, und bist du oft bei Tobias Mertens Signing Sessions? Ja, manchmal, als ein Sub. Wenn er nicht mehr kann, dann unterschreibe ich für ihn. Ja, wir haben die anderen Idioten mal mitgebracht, damit sie sich auch mal schön fühlen. Hallo. 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 Wie hast du die letzte Episode? Keine Ahnung, wenn du das Koffie im Draht. Das war's nicht mehr, nicht mehr. Ja. Das war's nicht mehr. Die Folge ist einfach. Dann. Wenn du das Koffie im Draht. Nord Stage 2 macht Hammer-Action. Was sind die Dinger so drei Scheine oder so? Wir sind jetzt hier nicht über Geld zu reden, ja? Ich würd's aber wissen, der ist so schick. Heißt du, nicht mal halb so geil wie Roland. So, das wollte ich nur an dieser Stelle sagen. Versteh ich nicht, warum sagst du sowas? Versteh ich auch nicht. Ich hab zwar jetzt auch ein Marshall-Amp, aber ich muss euch sagen, die Wiemark ist einfach viel, viel besser. Natürlich. Hallo, du Arschlöcher! Also, den zu können ich nicht. Danke, ihr werdet habt ihr. Scheiße. Ah! 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 Ahh! Das war's für heute. Das war's für heute. Ich singe auch über mein Audix Mikrofon, weil ich das nicht nötig habe, auf irgendwelchen billig Drittanbietern zu singen. Ich bleib meinem Endorser treu. Auch in Russland. Hallo, wollen Sie auch gerne in einen Latuka? Ja. Das ist ein Profi-Schlagzeug, oder? Für deine Freunde Tobi, ne? Ja. Ja. Aus Pechtoich. Holen Sie in Hamburg. Gipsner hat mich gestern erst eingerufen, ob ich vielleicht ihren Gitarren spielen soll. Ich hab nur gesagt... Ja. 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 Wenn Tobi sagt, Chris kommt auch mal wieder aufs Klo. wo immer wieder irgendwelche Vorwände und dann ist es einfach immer eklig. Aber jetzt macht man nicht alles für Freunde. Who's your favorite Backstreet Boy? Ich. Das ist gut. I'm beautiful. Ganz ehrlich. Hey. Oh mein Gott. Und dann sagt man, du hast 2 für 3. Und dann sagst du ihnen, du bist meine Lieblingsstadt, du bist die beste Zuschauer. Cool. Wir haben jetzt auf Tour standardmäßig eine LED-Band dabei. Wir haben ja nicht so viel Geld, weil wir sind ja nicht Rammstein. Aber dank euch haben wir bereits Geld für 3 von 124.000 LEDs. Wollt ihr die 3 mal sehen? Wir haben jetzt schon wieder eine LED-Band dabei. Und dann sagt die Hände, du bist die beste Zuschauer. Und dann sagt die Hände, du bist die beste Zuschauer. Hier steht drin, im Falle eines Brandes sind sie auf sich alleine gestellt. Wir koppeln die Wagen an, ab, wünschen ihnen schönen Tag und thanks for all the fish. Wir koppeln die Wagen an, ab, wünschen ihnen schönen Tag und wünschen uns. Wir koppeln die Wagen an, ab, wünschen ihnen schönen Tag und wünschen uns. Schön. Tobi hat alles nach dem Wasser, aber braut den Wichser. Vor allem, tatsächlich der Wichser. Und bitte, wer auch immer diese voll geschneidet, bitte reinnehmen. Bitte reinnehmen. Als ich angekommen bin, meinte er so, ich hole mir jetzt einen runter. Und dann hat er einfach diese scheiß Tür aufgemacht und hat sich vor mir erstmal schöner geschleudert. Der Wichser. Der Wichser. Ja. Mieser Wichser. Was muss, das muss. Irgendwo muss die Energie ja hin, da so jungen Dinger.